Wir sind Pioneer, das Corporate-Startup von Haru Höfliger, direkt vor den Toren Stuttgarts, bestehend aus Softwareentwicklern, Architekten, Designern, Vertrieblern und allem, was dazu gehört. Wir bei Pioneer, wir haben eine Softwareplattform entwickelt, mit der man sehr modular verschiedene Anwendungen entwickeln kann, nahe der Maschine, Beispiel ganz normal, klassisch HMI-Tooling drumherum, wie man die Maschine bedient, aber eben auch so etwas wie ein Guided Troubleshooting, mit dem ich dann mit dem Tablet an der Maschine direkt Step-by-Step sehen kann, wie ich quasi dann da einen Fehler behebe oder einen Formatwechsel von. Ihr solltet euch bewerben, weil wir einerseits durch Haru Höfliger im Hintergrund ein sehr sicheres Arbeitsumfeld haben, da einfach ein etabliertes Unternehmen haben, was hinter uns steht, wir aber auch so diesen Startups-Bürritte einfach voll ausleben können, wo wir da zusammen als Team Spaß haben können, zusammen Dinge vielleicht auch mal außerhalb der Arbeitszeit erleben dürfen und trotzdem auch die Möglichkeit haben, uns natürlich auch in einem internationalen Umfeld weiterzuentwickeln und auszuleben. Hier kann sich jeder bewerben, der Lust hat, in einem wirklich tollen Team zu arbeiten, der sich auch ein bisschen selbst verwirklichen will und wirklich Einfluss nehmen will. Hier kann man sehr viel lernen und sehr viel schaffen mit uns zusammen und es macht auch wirklich viel Spaß, nicht nur mit dem Team hier im Haus, auch mit den internationalen Kollegen. Und wir kommen alle wirklich sehr gerne ins Büro, selbstverständlich kann man aber auch mal mobil arbeiten, aber wir sind wirklich sehr gerne zusammen. Das Besondere bei Pioneer ist, dass wir eine Plattform auf der grünen Wiese geschaffen haben, die jetzt schon sehr viele Möglichkeiten bietet, aber noch nicht voll erschöpft ist. Das heißt, man hat noch sehr viel Möglichkeit, sich mit neuen Konzepten, neuen Ideen, neuen Produkten einzubringen und das Ganze dann im Team gemeinsam auszuarbeiten. Willst auch du ein Pioneer sein?